Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Display. Ich bin der Nikolas und ich spiele heute Smite. Das ist ein Spiel, das ist so ähnlich wie League of Legends, wo man auch Türme einnehmen muss oder auch Türme zerstören muss und versuchen muss, den Minotaurus vom gegnerischen Team zu zerstören. Das gegnerische Team versucht es natürlich zu verhindern und den anderen, also den Minotaurus vom Gegner zu zerstören. Und sonst eigentlich nur noch zu sagen, dass Stefan ein Gast vielleicht manchmal mitspielen wird. Den werde ich euch dann nochmal vorstellen. Ihr habt ihn wahrscheinlich auch schon mal gesehen im Feed the Beast. Da hat er, glaube ich, auch einmal mitgemacht, soweit ich mich, glaube ich, ach nee, die Folge wurde doch nicht rausgebracht, weil er da irgendwie was falsch gemacht hat, aber egal. Wir sind jetzt hier bei Smite und wir fangen einfach mal an. Ähm, nochmal. So, hier gucken wir, was so bald losgeht. Machen wir mal, das ist es einfach 3 gegen 3, ähm, 3, 3 Wege, wo man langgehen kann. Und, ja, endlich geht mein Internet wieder. Endlich! Ich kann jetzt endlich richtig anfangen mit dem ganzen Spielen, so wie Smite. Oder ich kann auch jetzt endlich richtig Minecraft spielen. Ja, und im November kommt ja auch Call of Duty Ghosts raus, das werde ich ja let's playen. Ich werde sie dann wahrscheinlich auch Multiplayer spielen. Das ist erstmal das, was ich machen werde. Ihr könnt mir auch gerne Sachen sagen, die ich spielen soll. Ähm, egal, ob es jetzt Free-to-Play ist oder es kann auch auf Steam oder Origin sein, ist egal. Ich werde mir das angucken und gucken, ob ich es cool finde und dann werde ich es auch let's playen. Aber, neun Sekunden geht's los. Ich habe noch nicht viel gespielt in dem Spiel. Ich habe, glaube ich, ein oder zwei Spiele, also eins habe ich richtig gespielt, bei den anderen war mein Internet voll im Arsch. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie, dass, ähm, der Ton zu laut ist. Ähm, sonst müsstet ihr mir das nochmal in den Kommentaren sagen. So, Match in weit 8 Sekunden. Level 3. Hm, hm, hm. Ah, gut. Ähm, wie nehm ich denn mal? Ist nass. Ja. Interessant. Ah. Hm. Athena. Hm. Hercules. 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 Ach, Handy. Ja, mach ihn ja. Doch. Das ist Thor, das ist Ra, das ist, wer ist denn das? Äh, vielleicht ist es noch mal gucken. Nö. Doch, ähm, doch, ähm, das ist Anruhe, das ist alles, also auf Englisch, ich guck mal, ob ich das auch auf Deutsch stellen kann, ähm, wenn ihr das natürlich wollt. Und es geht dann gleich los in 62 Sekunden. Und es geht dann gleich los in 62 Sekunden. Skins kann man sich auch kaufen, da sind so Veränderungen vom Aussehen her, die braucht man aber, muss man im echten Geld kaufen. Und ich hoffe nicht, dass der jetzt da offline ist, oder, ah, jetzt kommt er, okay. Weil dann würden wir wieder rausgeworfen werden und wir müssen noch mal neu suchen. Ähm, aber zum Glück ist das ja nicht so. Okay, los geht's. Ja, deshalb sind, äh, ähm, im Gegensatz zu League of Legends auf jeden Fall viel weniger, als ich bemerkt habe. Sieht aber ähnlich aus, finde ich. Ist eigentlich auch ähnlich, bloß ist es, ähm, auf jeden Fall in Third Person, also hinter der Person. Ähm, ja, das andere würde ich dir dann sehen. Und es geht gleich los. Ich glaube, diese blauen Lämpchen da, die unter dem Bild sind und unter dem Namen, die heißen, dass die bereit sind, glaube ich. Ja. Ja. Hm. Dieses Display wird auch nicht jeden Tag kommen, ich würde aber versuchen, also ich werde, also es werden nicht regelmäßig Folgen kommen, aber es werden immer mal so in der Woche welche kommen. Ich kann aber nicht genau sagen, wann. Okay, A, P, das kaufe ich mir denn immer. Ich würde keiner weiß, was ich mir denn da kaufen soll. Ich kaufe mir denn mal schon. Kann man auch noch was anderes. Nö. Konsumbrille. Ja, das kaufe ich mir denn immer noch. Und das. So. Wird schon gehen. Haube ich mal. Öh. Wo geh ich denn hin? Ich geh mal in die Mitte. Oder? Ich hab keine Ahnung wie man die spielt, deswegen nehm ich einfach mal die Art und Fähigkeit. Okay, ich geh wohl nicht in die Mitte, ich geh mal nach links. Hm, hm, hm. Hm, hm. Hier sieht man schon mal, das ist der, also nicht das hier, sondern die Säule ist, sondern das dahinter, das ist so ein Ballistenturm. Okay, ich schlage zu. Okay, nahe Kämpfer. Jetzt sind wir drei Leute? Okay. Hm, hm. Okay. Interessant. Okay. Das ist meine erste Möglichkeit. Okay. Schon mal meine Verbrauch, supergeil. Na komm. Ich bin auch irgendwas zum Rand springen gegangen, das wird uns so doof sein. Damit beides sind nach, äh, fern, dann ist das auch blöd. Rechts ist nur einer, ist auch doof. Ach, weißt du was, ich geh nach rechts. Wenn nur einer ist gegen zwei, ist auch blöd, deswegen geh ich nach rechts. So, ich bin gleich da. Du, 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 es gibt ja auch Jungle, ähm, wo kleine Monster sind, die, ähm, wenn man die killt, kriegt man glaube ich von jedem, also von den großen auf jeden Fall kriegt man Buffs. Ja. Das ist sicher, dass du dann doch nichtsахst. Ähm, das ist das... Dann ist das... Ähm... Oha. 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 Okay. Mmh. Super. Ähm. Alter. Wie die wegfliegen. Oh. Sieh, sieh, sieh. Oh. Alter. What? Get away. Was ist das? Killt sie, killt sie, killt sie doch. Bitte, bitte. Ja, komm. Hab ich sie? Ja, gut, ich hab sie. Power. Ne, ich hab den Power von Mana. Äh, von Magie, oder? Ich glaube schon. Ja, hab ich. Aber ich kann mir das noch nicht leisten. Ich komm halt mal hier. Die da. Die cool aus. Das ist der Phönix. Der ist dann vor dem Minotaurus. Der Minotaurus ist dann in der Mitte, glaube ich, irgendwo. Das sind Vasallen, die, durch die kann man sozusagen eigentlich leveln und die gehen auch, also die greifen auch, ähm, die, sag ich mal, pushen. Also das heißt, dass sie ähm, versuchen werden, den Turm, dem Turm Schaden zu machen. Und wenn du nur alleine vor dem Turm schläfst, so wie die, diese kleine Fatzkinder, die jetzt getötet ist, dann kriegst du halt Schaden durch den Turm. Und, ähm, ich nehme einfach mal eine Zweitredigkeit. Fuck. So. Ähm, und das macht auch nicht so wenig Schaden. Hey, ich hab doch, achso, noch eines gefällt. So. Weg damit. Oh! Weg, 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 weg. Oh! Oh fuck! Nein! Oh scheiße! Das war jetzt richtig schlecht von mir. Noll. Sehr cool. Hm. Wo sind die denn alle? An demnächst sind wir schon mal so ein Turm von denen. Okay. Oh. Okay, ich geh da mal. Was ist denn? Zwei. Ich kann ja alles nicht, halt nur nicht, also. Ich kann einfach mal rausprobieren, aber das ist nicht so gut, wenn ich hier immer so rein geh. Smash! Na, komm mal her. Aua, nicht mehr abschießen, ja, Wichser. Geht weg. Okay. Ich halte, das ist weg. Ich schreib einfach mal gleich, dass er weg ist. So, einfach mal assess. Ich hoffe, ich kenne die das. Ich werde das doof, wenn ich... Oh cool. Was ist das denn jetzt? Was hab ich gemacht? Och, ich kann schießen. Cool. Ist ja geil. Geil. Ich seh nicht, wann die weg sind, das ist das Blöde. Oder soll ich lieber weg? Kommt, wie viel Schmarrn das macht. Da kommt er. Oh, stopp ich gerade. Schmarrn das mal. Mann, ey. Ich habe wieder so ein... Doch nicht. Naja. So, auf geht's! Nein, 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 ich geh mal zurück. Nein, du kommst gut. Was? 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 Nein. Grand use, weg. Okay. Ne, doch nicht. Hä? Was haben wir denn da? Oh, keine Ahnung. Ja, komm, 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 komm. Oh, so. Weg ist er. Wenn man den, ähm, gegnerischen Gott, ähm, in den, in der Tower Range hier in diesem Kreis angreift, dann kriegt... also dann greift der Turm einen an. Deswegen sollte man das lieber nicht tun. Ich bleib mal hier, weil der hier auch noch ist. Okay. Finde ich eigentlich ganz cool, dass das so ein Third-Person-Mode ist. So sieht man das eher aus der Sicht von dem Charakter, das find ich cool. ... ... ... ... ... die noch mal Mitte oder gangen, gangen das, äh, andere Lane, die noch killen versuchen. Wir sind gar nicht so schlecht. Oh fuck, fuck, okay, da hatte ich, war ich im Arsch. Ich hab ihn aber auch nicht gesehen. Ich muss mal was kaufen. Ich hab keine Ahnung was ich mir kaufen soll, mit der könnt ihr mir vielleicht mal Tipps geben oder so. Anstatt, ähm, ja okay doch, einfach nur zu sagen, ja, macht doch mal besser. Das ist nett, wenn ihr mir Tipps gebt, wie ich's besser machen kann. Oh, die bin ja auch cool, dieses Schießen von oben. Oh fuck. Ja. 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 Los geht's. Hau drauf da. Ach Scheiße. Hau drauf da. Ja. Jetzt müsste er doch tot sein. Komm Headless, stirb! Ist er tot? Nein, jetzt ist er gut. Ne, doch, Headless ist gut. Oh, Double Kill. Super. Doch, ist gut. Er hat ein Double Kill. Hm. So kann man mit, ähm, die Tassen neben Q, links neben Q, kann man gucken, wer so im Spiel ist, was die so gekauft haben. Ähm. Ja. Da kommt wieder Maria. Ja. Ich bräuchte mir, ich bräuchte mal Leben, das muss ich machen wollen. Ich hab nicht so viel Leben, das war ein bisschen doof. Oh, Mies. Hm. Hm. Oh, das ist wieder voll. Super. Die wollen echt den Mittel Tower kriegen und so. So. Kann jetzt zusammen. Man, haut ab ihr Wutzer. Ja klar, der geht auch noch heulen. Die. Die, die, dieienen. Ja. Die, die起. Die, die sind weg. Die. Die, die sind weg, die neu. Mann! Was hab ich denn überhaupt? Wo stehen wir das? Da. Drei, Fünf. Ich bin doch nicht schlecht gerade. Oh, Leben. Oh, man kann springen. Manchmal mit manchen kann man das irgendwie nicht, aber mit der kann man das auch nicht, dass das nochmal bringen soll. So ein halber Meter Sprung. So ein halber Meter. Ja, ich bin hier zu leben. Um. Da wird mit dir gestatten. Mann! So, hoffentlich schaffen wir das noch. Wir halten das durch bis zum Ende, bis zum letzten Atemzug. Bis unser letztes Stimmt eingeschlagen hat, werde ich Verteiligen mit allen Mitteln, die mir bereitstehen, werde ich das Beste herauskriegen. Und euch alle nun an den Grund schicken, wo Hades auf euch warten wird, der übrigens auch hier mitkämpft. Also den kann man nehmen, der spielt hier jetzt gerade nicht mit, aber den kann man als Gott nehmen. Ich brauche unbedingt Leben, oder? Ich brauche gar nicht. Kontrolle. Oh Gott! Oh, schlicht gerade! Ich kotze mich selber an! Boah, nix! Also das neue Stimmt so einfach mal so in den Busch schießen! Oh Gott! Und der ist auch drin! Super! Wir verkacken das! Das ist der Milotaurus nun mal so mit einer geilen Axt! Stöhnt du Arsch! Boah, die versperrten ja selber den drüben Arsch. So, so muss das laufen hier, nicht anders. Ja, wie viel Schaden machen, sie ist voll viel jetzt, voll über, op, man, ist voll scheiße. Kann man gar nichts machen gegen. Ja, super, alle Sterne ist gegen diese Bitch-Sterne. Tor kann aber nichts gegen machen, jetzt versucht er ganz gut, warm und tot. So, und wo ist die Hose, na komm. Und wo ist die Hose? 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 Hä? Achso, scheiße. Ich dachte F6 ist nein. Mann. Ja, das war schon mal das erste Spiel, nicht grad geil, aber ich kann ja nichts machen. Ähm, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne eine Bewertung da lassen. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.